Um mich besser zu regenerieren, verlasse ich mich auf drei Säulen. Die erste ist Schlaf. Genügend Schlaf, ich kann es nicht genug betonen. Schlaf, wenn du müde bist, wach auf, wenn du genug geschlafen hast. Wenn das nicht möglich ist, dann musst du so nah wie möglich daran herankommen. Aber abends, wenn du merkst, du bist müde, nicht noch Fernsehen schauen oder irgendetwas, sich reinziehen, sondern ins Bett liegen, vielleicht meditieren, beten, einschlafen, acht, neun, zehn Stunden durchpennen. Wenn du hartkörperlich arbeitest oder ein Kämpfer bist und hartkörperlich trainierst, dein Körper an die Limite bringst, brauchst du viel Schlaf. In meiner Zeit, als ich am aktivsten trainiert habe, habe ich zehn, elf, zwölf Stunden am Tag geschlafen teilweise. Ein Tiger schläft mehr als eine Kuh. So einfach ist das. Hochleistungslebewesen schlafen halt viel. Das zweite ist Ernährung. Genug essen und gut essen. Richtig gutes, echtes Essen. Keine Süssigkeiten, keine Drogen, kein gar nichts in diese Richtung, sondern richtig gutes Essen. Das kann man verteilen, wie man will. Ich habe häufig den ganzen Tag nichts gegessen und nur nach dem Training. Im Moment esse ich auch Frühstück und Mittagessen mit meiner Familie. Und dann abends halt wieder etwas. Ganz wichtig. Und auf keinen Fall irgendwie ein, zwei Stunden vor dem Training noch was essen, sondern mit leerem Magen schön ins Training gehen und richtig gut trainieren können. Gut. Und das dritte ist, aktiv etwas für die Erholung machen. Aktiv etwas machen. Beispielsweise spazieren gehen, frische Luft geniessen, sich gut fühlen. Alles, was dir gut tut, ist für die Regeneration gut. Also für den Körper kann ich spazieren, leichte Bewegung machen und für den Geist kann ich meditieren, gutes Buch lesen, mich mit der Körperkontrolle beschäftigen, autogenes Training machen, all diese Dinge, Yoga machen. Also mit all diesen drei Säulen, mit diesen Methoden kann ich die Regeneration unglaublich gut verbessern. So wie jemand, hey, die Leute schaffen ja 10, 12 Stunden am Tag auf der Baustelle krüppeln. Ein Bauer steht morgens auf, noch vor Sonnenaufgang, krüppelt den ganzen Tag wie ein Ochse und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder. Es ist eine Illusion der modernen Zeit, die von irgendwelchen komischen Leuten verbreitet wurde, dass man irgendwo einen Tag oder zwei Tage Pause macht. Ich mache Pause, wenn ich schlafe, Mann. Ich bin ein normaler Mensch. Und dann stehe ich auf und tue mein Tagwerk, dann trainiere ich. Und ich finde, so sollte es jeder andere Mensch auch machen. Wenn du so trainierst, dass du einen Tag Pause brauchst davon, dann hast du schlecht trainiert, falsch trainiert, hast dich kaputt gemacht oder irgend sonst was ist nicht so, wie es sein sollte. Musst du halt den Tag mal ein bisschen lockerer trainieren. Aber sicher nicht Pause machen. Ich habe ja schon fast, habe ja irrsinnig lange Pause zwischen den Workouts, vom Schlafen und am Morgen eh nicht trainieren. Also so erholst du dich zwischen den Einheiten.